Die Fortsetzung des Erfolgshits Liz und Liz Before the Storm Nach Liz 1 und Before the Storm stürmen Wie ins Abenteuer neuer Charaktere in einer wunderschönen Welt voller Emotionen, Hass, Liebe und Entscheidungen, die unser Leben beeinflussen Ich bin gespannt, in was für eine Welt uns Don't Not, Don't Not, Don't Not, dieses Mal entführt Und wie viele Tränen wir dieses Mal vergießen werden Weil wir einfach nur Mindblow wegfliegen werden Eine Entscheidung kann ich für euch abnehmen, indem ihr in die Kommentare schreibt, was ihr davon haltet Ich wünsche euch viel Spaß und freue mich, für euch und besonders mit euch, durch dieses Abenteuer zu streifen Viel Spaß und los geht's Taschentücher-Kommando 306 Are you available? Copy 240 Negative Sorry False Alarm on that Code Red near Magnolia Oh shit Officer Matthews, I've got a 10-10 in progress 1452 Lewis Avenue I'm gonna need backup Copy that All backup available All backup available I'm gonna need to join me It's gonna be alright I'm gonna need to join me It's gonna be alright 1553 Send backup immediately 3 o 6 Backup impossible We need backup Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nein, 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 genau, Ah was? Wie bitte? Ich doch nicht. Ja. 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 Nein. Ja. 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 Ich bin ein bisschen beschäftigt. Ja. 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 Ich habe mich jetzt schon wieder gemacht. Nein. 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 Okay. Ich mache überhaupt gar nichts. Ich bin voll anständig. Wer deserves to eat this final choco crisp. Your adorable little brother who eats about 10 bags a week. Oh, okay. Your poor, your poor suffering father who slaves over a hot engine to provide his family with a home and a garage. Mi mi mi. Come on judge. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Let him decide. Judge? The verdict, please. Pfff. Warum ich? So, der Vater. Jaaaa. Der Bruder frisst genug. Ich glaube, wenn ich mache, ihr seid, beide seid schuldig. Pfff. Dann esse ich das. So geht das. So geht das. Immer doch. Immer doch. Ja. After the war to my room too. Ja? Don't hurry back. Ja, dann gib mal Gas. Hopp, hopp. Und jetzt? Okay. It's good to be the judge. Oh yeah. Wir können mal was machen. Endlich. Es ist schön, jogging mit dem Vater jedenfalls in a while. Doch er ist viel zu chatty. Moment. Was? Bewegung? Bist du des Wahnsinns? Better pack for the party. Not sure for... Aha. Äh. Nach Snacks suchen, drinks für Eriks Pa... Die Gronsch meiste Party? Und ich bin eingeladen? Geil. Aber um Geld bitten, eine Decke finden. Okay. Wir haben 3,20 Dollar. Ja, wäre eine gute Idee. Was war denn hier? Ja, wer? Ach, Jen. Äh. Ja. Das ist unbeschrieben, das Gesetz. Joa. Schlecht sieht er ja nicht aus. Doch, Mathe braucht man immer. Boah. Jeder hat so seine Macke, ne? Der nicht. Das neue Gwent-Spiel. Ja. Ähm. Klar. Ladekabel. Oh, Powerbank, Junge. Gibt's sowas nicht? Zehn Jahre schon. Joa. Joa. Was sind das? Okay. Unser Rucksack ist also... Unser Inventory. Und... Uuund? Ja. Ja. Product Placement? Okay. Was passiert, wenn Playstation und Xbox ein Kind machen? Dann kommt die Nintendo Switch raus. Ich weiß nicht, wer mehr spielt. Daniel? Oder Dad? Daniel verbringt hunderte Stunden, mit dem Mic zu Minecraft mit Noah. Product Placement? Jees. Wie alt ist das? Wir hatten es seit ich zehn Jahre alt. Ja. Ja. Tennis? Ehrlich? Okay. Bilder können wir nicht angucken. Was sind hier DVDs? Yeah. Alter Schwede. Das ist cool. Bei den Product Placements hier. Das ist doch der aus... äh... Captain Nemo... Dings... Bums... Da. Captain Spirit. Würde ich dir auch immer raten. Würde ich dir auch immer raten. Würde ich dir auch immer raten. Okay, da geht's runter. Wir schauen uns erstmal hier ein bisschen um... Da. Portolobos. Wow. Wow. Wenigstens mal eine Rechnung, die die Familie nicht aufsaugt. At least I don't have to help Daniel out with math. Thanks, dad. Elm hatte zehn Boxen mit je 19 Bällen. Er hat zwei Bälle verloren. Wie viele Bälle hat er jetzt? Ist eierlos? Okay. Es sagt nichts mehr. Sorry. Good drunk. Wir brauchen... Snacks. Demo. Bier. Bier. Meh. Daniel könnte aus dieser Schrappe leben. Yep. Dad trinkt nicht so viel. Er hält sich auf? Yep. Das wird es tun. Ich hoffe, dass es in der Kabinie gibt. Drücke LB. Ja, ich drück doch. Achso, da oben. Ups. Ja, mach mal. Wir gehen jetzt erstmal das Bier wegbringen. Kann ich das hier irgendwie ein tun? Hä? Achso. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Snacks. Ah, wir gehen dann später rein. Daniel. Daniel besser nicht mehr benutzen. Äh. Ich hoffe nur anfassen. Nicht nutzen. Das wäre... Hey, Jan. What's up? Äh, nein. 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 Genau. Hast du ein Glück? Müssen wir nicht? Okay. Oh, wir gehen erstmal hier rein. Was? Wolltest du nicht was sagen? Aufräumen ist nicht so ein Ding, wa? Musik-Abspielgerät. Spielgerät. Was? Äh, nein. Äh, okay, okay. Okay, es gibt wieder ordentlich was zu lesen. D-d-d-d-d-d-d-d-d. Ach du Scheiße. Aber es ist sowas von Okay, was Keine Ahnung, zweimal? Oh, das sieht ja cool Oh, ja Ja Dann kannst du machen, was du willst Cool Ich glaube, das wird einem Herrn Samurai sehr gefallen Wahnsinn, ist doch schön, wenn der Bruder das macht Knautschsack Wer weiß Ist normal nach dem Rennen, ne? Ja Ja Ich glaube, ich weiß, was ich für Weihnachten Ist das eine Elation? Kommt mir irgendwie bekannt vor? Oh Hi, Gunther Hi Hi, Gunther Ich bin Olaf und das ist so Ich bin Ja Ja Wie geht es? Wie geht es? Oh ja, wir müssen wieder zählen. Oh man! Man, das dauert immer. Wollen sie mich dafür bezahlen? Alter, dein Ernst? Oh mein Gott. Die Internet war ein Fehler. Lol, Cat greift an. Ja, YouTube. Ey, da unten. Ähm. Ja. Ja. Geiler Dad, muss man sagen. So ein besoffen Hangover. Kater. Und dann lacht er den aus. Was? Ich will wirklich nicht arbeiten. Ich will wirklich nicht arbeiten. Nix gibt nix. Ja. Kann man ja mal machen. Wer ist denn der da rechts? Wer ist denn der da rechts? Werden wir den noch kennen? Okay, hier haben wir alles abgesucht. Was ist denn da dann? Ja, aber dann Dings, ne? Ich glaube wir lassen das mal. Ja. Sieht gut aus. Saugen, Zimmer aufräumen. Badezimmer putzen, putzen, putzen. Sean, Papa, ich. Power, Beer, Sean, Kacke. Oh Gott, bitte nicht. Ja, nix, ne? Nudeln erzählt. Wasser aufkochen, das heißt, es blubbert. Nicht, es läuft über. Oh, man. Sagt der cooler Dad. Kekse nehmen. Wir nehmen alles mit. Ach komm, wir nehmen Chips. Noch beides mit. Äh. Don't eat for Halloween. Okay. Keine Sorge. Was war denn jetzt? Was? Papa, um Geld bitte eine Decke finden. Ah. Ja, ja. Was ist mir schon klar. Erotisch. All right, Dad. Where do you put the... Can't believe Dad actually asked me to tag up this wall? Was eine Sonnette? Well, of course. He asked Daniel too. Ja. Ja. Was denn doch? Dad should just sell that other bike. Warum? How long is he gonna keep all this shit? Bis er es wegwirft. Daniel destroyed our old nativity scene. Sorry baby Jesus. Kann doch passieren. I don't have to take one of Daniels. I'm sure Dad won't miss one blanket for the night. Ja, genau. Dad said we could go to Mount Baker this year. Und dann? The trails are insane. Cool. So. So, wir brauchen jetzt nur noch eigentlich unseren Daddy nach Kaule fragen. Is that you, Choco-Thief? It's me, Daniel. Can you tell your big brother, he's grounded tonight, when you see him? Was? Hey. Since you're creeping around up there, can you pass me the wrench in the top red drawer over there? Sure. Can do. Ähm. Obersten roten Schublade? Da. Ähm. There's no wrench here. Ah, shoot. Must be somewhere else then. Take a look around. I know I left it nearby. It's a 16mm reversible flex wrench. Jeez. That was definitely my plan for tonight. So, yeah. Hold on. Sam came by the garage today. Told me to tell you hi for him. Hey. I got it. I think. Nah. I need one with the black switch on it. So I can change its direction. Ah, okay. Okay. Damit er die Richtung ändern kann. Damit er die Richtung ändern kann. Äh nein. Äh nein. Äh nein. Äh nein. Äh nein. Die Frau Callow ist nur eine Begründung gegen Vonnegut. Aber Slaughterhouse 5 ist fantastisch. Hey, du musst mich nicht sagen sagen. Delle. Die nächste Begründung von Parent-Teacher? Sie bekommt ein Teil meiner Meinung nach. Begründung gegen Vonnegut. Ah, geht doch. Alle guten Dinge sind zwei. Du bist mit deinem Mann unter der Hütung, oder? Ja, um, sicher. Ich weiß, dass es nicht dein Ding ist. Aber du musst lernen. Kunst, Athletik, Ingenieinigung. Ich bin nicht interessiert. Nur wenn du dein Herz in dein Herz machst. Ich versuche. Ich weiß nicht, welche Richtung du gehen kannst. Du bist nur 16 Jahre alt. Du hast Zeit, um es herauszufinden. Ich glaube, es dauert einen Zeitpunkt. Und... Du bist glücklich mit dem? Ich meine, dein Job? Dein Leben hier? Natürlich bin ich. Wir sind gut. Vielleicht ein Tag, wenn ich zurückkehren, ich gehe zurück in Mexiko. In Puerto Lobos. Aber bis dahin... Oh, ich habe das schon gehört. Ich weiß nicht, warum ich dir eine schöne Fahrzeuge für die Hochzeit. ... ... ... ... ... ... ... Ich muss nicht. Ich meine, es ist cool. Ja. Oh, um... By the way... Ha! I was wondering how long it'd take. You need money for the party tonight, right? Ah, 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 ah. Shh. Just be honest with me. No bullshit. Are you using this money to buy alcohol? Weed? Obwohl, Alkohol haben wir ja. Süßkram haben wir ja auch. Äh... Eieieiei. Sorry. I mean... Yeah, probably. But we'll be partying at a house and nobody's driving home. I swear. Well, everybody's gotta get home somehow. But yeah, you and Lila better not get in any car with somebody who can't walk straight. Holy shit, 40 bucks? Really? Yeah. Why not? You did a good job on the law. Plus, I appreciate that you didn't lie to me. Cool. Thanks, Dad. Geiler Dad. What should I say? Just be careful. That's all I'm asking for. Okay? I know what kind of crazy shit kids can get into. Ach, pfff. Pfff. When you were my age, did you party a lot? Hehe. Ah, I don't. Sorry. What happens in Mexico, stays in Mexico. Mexico. Get out of here before I change my mind about that cash. Yep. And keep an eye on Daniel while you're home. Hmm, none. Alright. Okay. Thanks, Dad. Just pass. Hey, hey, hey. Not so fast, Shawnee boy. Don't you think your papito deserves a hug? Awww. Come. Okay. Have fun. But not too much. I won't. Promise. Bye. Love ya. Ja. Und dann schießen wir uns ab. Hui. I bet, Dad had a pretty wild teenagehood. Even though he won't tell. Wer hat er das nicht? It looks like they got everything. Better pack it all up. Ja, aber wir schauen uns erstmal hier um. The saw almost took my thumb more for us. Okay, dann lassen wir mal die Finger davon. Dan. You can open a hardware store with all of this. Was meinst du, woher diese Dinger kommen? Dad's had this forever. Weil, die Menschen, ne? Jeder hat irgendwas. Was? Oh, das ist gut. Ah, ja. Ich versuchte, das zu lesen. Das ist ein guter Thriller. Dann... Hellermit. Aber nur in Filmform. No more 4th of July fireworks after last year. Woran das wohl liegt? Oh, ja. Warum? Oh, ja. Genau. Deswegen. Typikabras. Aus dem Weltall. Dad used to go see them all the time. Can old people be... ...be... 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 Cool? Ja. Können sie. Na, Onkel Tocher? Ich habe nichts gesagt. So, das hatten wir alle schon, ne? Okay. Ja, 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 ja! Und load the backpack. Bäh, bäh. Umsparend. Moment, das hat man ja noch gar nicht Ehrlich? Dein Ernst? Im Zaun So, packen Fein machst du das Okay Okay Mit einem super, ach so guten Laptop Sorry Lila I'm just not a selfies kind of guy Skype? Dein Ernst? Oh, lower boy Just give me a minute Gee, where did I put the... Hold on Okay, hi Did you get everything on your hand list? It's all in my backpack, yeah Dad hooked me up with some cash, so We're set for the night In case we need anything else Or if you and Jen need anything else Ooh la la Okay, serious talk What are you gonna say to Jen tonight? Well, I don't know Played cool Talked about the gig last week Get to know her tastes Oh my god You did rehearse your moves for tonight You're totally into her Und? So what? I don't have any game These are uncharted territories for me Echt Oh, thank you Oh, no Oh, no Yeah, I'm good I made zombie blood It's, um, corn syrup And food coloring Hey Hi Lila Get out of my room, Daniel I was just Come on, man Just bugging the shit out of me again After I told you to knock Yeah, I know Yeah, stell dir mal vor Ich hatte die Salami gekurbelt Anyway Sean, you're an asshole Danke What's your problem? But I wanna see zombie blood if you don't Sorry, sorry I'll make it up to him He knows I can be a dick I'm just stressed out about tonight Oh, please We're gonna have so much fun Maybe tonight's the night Don't jinx me Jinx? I'm your lucky charm, bitch Okay So why don't you come over? I just have to hit up the momster For the car keys And hope she doesn't make me Lie too much about the party I'm already in trouble From last time This time Don't get caught When I see that drawing Hold on This might be my masterpiece Wohohohohohohoho Autsch Oh shit Jen just posted her outfit for tonight What? Und? 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 Dann tun wir das mal Wohohohoho, her hair Wohohoho Indeed 她 mit bekannt for What's her profile picture you got to do with me Huh? You will see Come. I see you, Sean. Should we set the wedding date now? Hey, come on. It's just a heart. I like her hair, okay? No big deal. Sure. Oh, go ahead. Why is Derek Anderson all over Jent's profile? He's an asshole. Better be nice. They're like best friends, stalker. Really? Leave me alone. Also my dad. Hold on, okay? Something's going on outside. What do you mean? Hey. Look at my shirt, asshole. What's the big deal? It's Halloween. Don't ever touch my brother. You hear me, Brett? Fuck you, Diaz. He got his fake blood shit all over my shirt. Look. I told you it was an accident. You better leave us alone. Oh, yeah. Go hide in your dad's garage. Pussies. You think you own the block? They're not optional. Oh. Scheibe. Okay, er ist ein Arsch. Aber er war's ja. Aber er ist ein Arsch. Aber er war's. Er ist trotzdem ein Arsch. Ah, okay. Außen. Nee. Ich würde ja sagen, wir machen mal das. Weil er war's ja. Auch wenn er ein Arsch ist. Komm schon. Ach, komm. Schnauze. Fresse. Boah, jetzt hau ich meine. Danke. Geht noch weiter. Moment. Oh, nein. Danke. Jetzt denkt der Kopf, der wäre voll verletzt. Und wir sind der Rekkaner. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. I'm sorry, Dad. Daddy. Be quiet. I want to go home. They're good kids, Officer. Don't move. I'm sure they didn't do anything. I said don't move. Nothing. They didn't do anything. It's going to be all right. On the ground. Bad. What risk vậy? I want to go home. Oh, my God. Oh, my God. Oh, fuck! No way! No! Daniel! Hey! Come on! Daniel, come on! We gotta go! No! Go! 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 Wir hätten die Limo einpacken sollen. Was müssen wir jetzt machen? Es ist nichts wir können, als wir zusammen sind.